Nanaya Merupes Schreiben Von jeher verspürte ich einen enormen Druck, wenn ich eine wichtige Lesung vorzubereiten hatte, das 30., 40. Buch zu einem bestimmten Zeitpunkt herausbringen wollte, ein Vorwort verfassen musste. Regelmäßig kamen mir bei diesen Tätigkeiten die verschiedenen Hindernisse entgegen, berufliche Unvereinbarkeiten, Krankheiten oder auch nur eine innere Schreibblockade, denn schließlich ist ein schöpferisch Tätiger auch kein kreatives Fließband. Der Leiter eines literarischen Projekts, das kurz vor dem Abschluss stand, bedrängte mich schon seit Wochen und machte sich große Sorgen. Er konnte mich durch keines der vielfältigen Kommunikationsmittel erreichen, kein Wunder, hatte ich doch seit Tagen meine Handys ausgeschaltet und auch meine E-Mails nicht angesehen. Tagelang saß ich an meinem Arbeitsplatz und skizzierte eine Geschichte nach der anderen, bis meine Sorgen kein Schreiben mehr zuließen, ein Brett vor meine Kreativität schoben. Die von niemandem erwartete Krise veränderte unseren Planeten und auch mich. Für Monate sollte die ganze Welt stillstehen. Meine internationalen Kulturprojekte wurden ebenso unmöglich wie jedes Treffen in der nächsten Bierstube. Dazu kam die Versorgung der Familie mit Rat und Draht, denn alle Kommunikationsmedien liefen im Dauerbetrieb. Bei dieser Veränderung der bisherigen Lebensgewohnheiten war an Kreativität nicht mehr zu denken. Obwohl auch er sich des menschlichen Schönen beraubt fühlte, bewog mich mein Projektleiter schließlich eindringlich, in dieser schrecklichen Zeit der Ausgangssperren zur Ruhe zu finden. Ruhe, die letztlich in Ungestörtheit ausartete, in der ich meinen täglichen Alltag allmählich zu verlieren schien. Da machte es nichts mehr aus, daß auch mein Verleger neue Texte für eine literarische Reihe einforderte. In wenigen Tagen schaffte ich alles. Ich stand am Morgen auf, um zu denken, zu skizzieren und zu schreiben und löschte am späten Abend meine Schreibtischlampe und dachte schon wieder weiter. So kam ich mit Kreativität und unermüdlicher Arbeit gut durch die größte Krise seit dem letzten Krieg. Sehnsüchtig suchte ich nach dem formvollendeten Schreiben. In wachsender Gewissheit, daß mein wertvollster Text der noch nicht Geschriebene sei. Der Verlag wartete doch auf meine nächste Geschichte. Oder sollte das eben abgeschlossene Buchprojekt mein letztes bleiben? Nanaya Meropis Schreiben Gelesen von Helga Heinold Aus dem Buch Lebenslichtspuren Einem Buch, das ein Geheimnis enthält Zu erwerben beim Engelsdorfer Verlag поставte das Einem Buch Ihr geheimnis